Wisst ihr, der KDF-Wagen. Kraft durch Freude. Also es war noch Zeit. Da ist der Käfer gestanden. Heilig Franziweg. BMW 2020, 2,3 Liter. Das ist der klassische M3 in 30 Unterbau. Oder aber ein Laufbau in 2 Liter Brock mit den Kolben von 635. Da kann man damals immer herkommen, da kann man auch auf 2,3 Liter.